Hallo meine Damen und Herren, die Technik macht es möglich, nicht nur eine Weihnachtsansprache von unserem Bundespräsidenten, sondern jetzt auch von einem verkriepten Bürgermeister möglich gemacht durch die neue Technik, auch durch Herrn Deda, der für uns oder für unsere Gemeinde Filmaufnahmen von Veranstaltungen macht und diese ins Internet setzt, eine neue Art und Weise Filma zu präsentieren, etwas Neues, was uns das Jahr 2017 gebracht hat. Das 2017er Jahr war nicht nur positiv, wir in der Verwaltung mussten uns leider von einem verstorbenen Mitarbeiter verabschieden, ein für uns sehr schwieriger Moment. Auch die Kommune selbst hat mit den zahlreichen Baumaßnahmen eine Zeit zu durchleben, die nicht als weihnachtlich betrachtet werden kann. Umso mehr hoffe ich, dass die Zeit, die jetzt kommt, uns allen die Möglichkeit gibt, sich zu besinnen, die neue Technik vielleicht auch mal nach hinten zu schieben, nicht durch die Welt zu telefonieren, sondern vielleicht das Gespräch mit dem Nachbarn oder der Familie zu führen. Also einmal alles das tun, was wir sonst im hektischen Jahr 2017 vielleicht vergessen haben. Selbstverständlich wünsche ich Ihnen auch einen guten Rutsch und vor allen Dingen Gesundheit. Ich wünsche Ihnen, dass im Jahr 2018 das in Erfüllung geht, was Sie sich vorgenommen haben und hoffe, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr an dieser Stelle wiedersehen.